Jey! Hä? Gib, 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 gib! Aaaaah! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pick dich! Christmas! Ja, es geht in eine zweite Runde. Ich habe einen neuen Text mit Fragen drin geschrieben. Diesmal sind es ein paar mehr Fragen und es kann eventuell sein, dass er diesmal zu lang ist. Das letzte war eventuell zu kurz, diesmal eventuell zu lang. Na, mal gucken! Wie viele Fragen sind? Es sind... 9, 9, 10, 11 Fragen. Genau. Das bedeutet viel mehr. Hä? Oder? Viel mehr? Ja, genau. Selbes Prinzip wie letztes Mal. Ich lese einen Text vor. Ihr könnt jederzeit antworten. Äh! Falsch! Ähm, wer falsch antwortet... Wir müssen keinen Laut davor machen, oder? Entschuldigung. Müssen wir jetzt den Laut machen, Freunde? Ja, das ist lustiger, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist vielleicht besser, dass man... dass man einfach nur den Laut machen muss, damit man besser sehen kann, wer als erstes... Genau. Wenn es mehrere wissen. Gut. Ähm, wie gesagt, ihr dürft jederzeit antworten. Wer falsch antwortet, darf, bis die nächste Antwort gegeben wurde, nicht mehr antworten. Und, äh, ich würde sagen, dann fange ich mal an, ja? Also, diesmal beginnen wir das Ganze zu einem späteren Datum. Wir schreiben das Jahr 2013. Der Whistleblower Edward Snowden enthüllt unter anderem das Überwachungsprogramm Prism und löst eine Überwachungs- bzw. Spionage-Affäre aus und der neue Papst wurde gewählt. In der Welt der Videospiele erscheint dieses Jahr ein Spiel, welches sämtliche Rekorde brach. Es handelt sich um ein Action- bzw. Open-World-Spiel mit einer Singleplayer-Mission, eine relativ lange Singleplayer-Mission, und einem Multiplayer mit einer enorm großen Auswahl an Möglichkeiten, mit seinen Freunden Spaß zu haben. Auf unserem Kanal findet ihr übrigens ein Let's Play dazu, link in der Videobeschreibung. Aber zurück zum Spiel. Wie heißt... Wie heißt... Schleichwerbung. Ja, genau. Aber es könnte auch ein Tipp sein. Fälle Frage. Wie heißt die Firma, die das eben beschriebene Spiel entwickelt bzw. gepublished hat? Da! Ja, David. Rockstar? Rockstar Games. Genau, Rockstar Games. Rockstar North wäre auch die richtige Antwort gewesen. Ein Punkt für David, mal wieder. Weil die anderen haben ja auch einen Punkt bekommen. Oh, sie haben auch einen Punkt bekommen. Wie gnädig von dir. Also ich habe bei dem Punkt jetzt ja egal. Ja, ich auch egal jetzt. Äh, natürlich habe ich eben das Spiel Grand Theft Auto V beschrieben. Es gibt von diesem Spiel eine Xbox 360, eine Xbox One, PS3, PS4 und seit Anfang 2015 auch eine PC-Version. Wie eben schon gesagt, brach das Spiel sämtliche Rekorde, zum Beispiel mit der Anzahl an verkauften Exemplaren. Da man diese Zahl logischerweise nicht unbedingt auswendig weiß, gibt es jetzt erstmal eine Schätzfrage. Ihr müsst mir alle eure Schätzungen PCS zuschicken, damit ihr euch gegenseitig nicht beeinflussen könnt. Derjenige, der die Schätzungen am nächsten zur richtigen Antwort liegt, gewinnt. Und wie viel Exemplare dafür bezahlt. Mach das einfach jetzt. Sofern die Schätzungen wie viel Kopien verkauft wird, oder? Ich hätte es noch gesagt, wenn Ben mich ausregen gelassen hätte. Also die Exemplare des Spiels wurden weltweit bis Februar 2015 verkauft. Alle. Und PC oder was? Alle oder PC exklusiv? Exemplare des Spiels. Ach du Scheiße. Schätzungsweise. Boah. Ich weiß, wie viel die Produktion gekostet hat. Ich weiß, wie viel sie in drei Tagen eingenommen haben. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel Exemplare. Ach du Scheiße. Wie sollen wir schreiben? Einfach dir schreiten. Anstupsen. Mach mich anstupsen. Einfach anstupsen. Mit eurem Wert. Ja, komm, YOLO. Das sind eindeutig... Ach, Scheiße. Gott. Google ist übrigens verboten. Nein, ey. Ja, komm, was ist das da? Hey, wo ist das? Okay, David. Du fehlst noch. Ja, ja, ich bin aber... Ach Gott. Okay, toll, David tut mir nicht. Ach, da. Alles klar. Toll. Es gibt zwei Leute, die die gleiche Zahl geschrieben haben. Ja, Scheiße. Und sind beide gleich nah dran. Logischerweise. Ähm. Ach, ne, Moment. Okay. Hä, wo ist denn das von David? Ich hab's noch nicht geschickt. Hä? Ja, fuck. Ja, mach mal hin. Ja, ich bin so... Ich bin so... Ich dachte, das letzte jetzt wärst du gewesen. Deshalb. Halt. Zieh's nicht in die Länge. Auf jetzt. Gut. Aber René ist schon mal sehr nah dran, muss ich sagen. Hey, wake up. Okay. Das bedeutet, René hat die richtige Antwort. Es sind 45 Millionen verkaufte Exemplare. René hat 50 Millionen gesagt. Das bedeutet ein Punkt für René. Ähm. Weltweit wurden ca. 45 Millionen Exemplare von GTA 5 verkauft. Schon innerhalb von nur drei Tagen erzielte Rockstar Games damit einen Umsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Scheiße. Allein in Deutschland konnten bisher über 1,5 Millionen Exemplare abgesetzt werden. Ein anderes Spiel, welches im Mai 2015 erschien und auch enorme Verkaufszahlen vorweisen kann, ist The Witcher 3. White Hunt. Es erhielt mehrere Awards als das meisterwartete Spiel und wurde über 1,5 Milliarden Mal vorbestellt. Es spielt in einer affiktiven, mittelalterlichen Dark Fantasy Welt. Ähm. Der Mittelpunkt des Spiels steht als Spielfigur ein Meisterhexer. Wie lautet sein vollständiger Name? Äh. Ja, Ben. Ich hab das wie nix spielt. Hä, was Ben? Gerard von Riefer. Richtige Antwort von Ben. Das heißt, ihr habt alle einen Punkt. Okay. Gerard von Riefer war auch schon die Hauptfigur in den Vorgängerspielen. Wie hieß der Vorgänger von The Witcher 3 White Hunt? Äh. David? Guck. The Witcher 2. The Witcher 2. The Witcher 2. The Witcher 2. Kompletter Name bitte. Die hieß doch nur The Witcher 2, oder? Nee. Nein. Okay, dann haben wir das nicht. Okay. Okay. Was? Das weiß echt niemand? Okay. Es gibt die Enhanced Edition, aber sonst. Das hieß The Witcher 2 Assassins of Kings. Das hieß. Ich hab dieses Spiel in meiner Spielbibliothek. Also ich hätte eigentlich auch damit gerechnet, dass das zumindest der David weiß. Ja, aber ich hab das auch nur fünf Stunden gespielt. Was? Äh. Ist das eigentlich da wieder ein Punkt Abzwang? Oder wie bist du das geregelt? Nee. Nee. Okay. Eigentlich ist das doch bei... Ja, ist egal. Machen wir weiter. Dann traut sich nie jemand zu antworten. Ja. Ähm. Dieser Name erinnert mich an eine andere erfolgreiche Spieleserie von Ubisoft. Natürlich meine ich Assassin's Creed. Also die Assassin's Creed Reihe. Dieses Spiel handelt von dem fortwährenden Kampf zwischen den Assassinen und den Templern. Dabei ist es möglich einige von den Hauptcharakteren zu spielen und ihre Geschichte zu verfolgen. Jedes Assassin's Creed spielt zu einer anderen Zeit und unter einem anderen Setting. Ubisoft veröffentlicht meist im Jahrestakt ein neues Spiel der Serie. Dies sorgt allerdings dafür, dass die Spiele oft unfertig und voller Bug sind und großer Kritik ausgesetzt werden. Ein Negativbeispiel ist da das 2014 erschienene Assassin's Creed Unity. Doch wie viele Spiele umfasst die Assassin's Creed Serie eigentlich inzwischen? Oh Gott. Boah. Warte mal. Ähm. Wer hat die kleinen Titel auch mit reingerechnet oder was? Also ich muss sagen, ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob da wirklich... Also da sind zwei dabei. Beziehungsweise eigentlich eins. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich dazu gezählt wird. Ähm. Aber... Zähl einfach mal alles dazu. Das ist wieder so eine Frage, das ist nur Risiken und fahren. Ich würde sagen, ihr sagt jetzt einfach auch wieder alleine. Okay. Arbeit könnte ich sagen. Weil es ist ja eigentlich keine Schätzfeier, er müsste es ja wissen. Okay. Oh Gott. Aber wir haben ja gesagt auch die ganzen anderen... Alle... Also die... Alle... Alle... Alle Spiele der Assassin's Creed Serie. Die unter dem Namen Assassin's Creed laufen. Okay. Ich sag mal elf. Alter. Okay. Da braucht ihr gar nicht mehr antworten. Ben hat's direkt richtig. Ich hab auch elf gesagt. So ne Scheiße. Ja, aber es gab ja auch... Es gab ja auch wirklich elf schon? Mhm. Hallo. Es gab auch Handy-Spiegel und so. Und die liegen auch unter dem Namen Assassin's Creed. Mhm. Und daher... Gab glaub ich sogar... Ich kann euch ja mal sagen, welche ich alle aufgeschrieben habe. Und zwar das Assassin's Creed, Assassin's Creed Alters Chronicles, Assassin's Creed Bloodlines, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 2 Discovery. Da weiß ich mir nicht sicher ob das jetzt noch... Dann sieht das ja viel mehr. Also ich hab mal hier nochmal nachguckt. Das nämlich... Dann sieht das ja viel mehr als elf. Mit Spin-Offs. Also sind es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 26. Okay. Also mit Handyspielen und mit Nintendo 3DS-Spielen und so Sachen. Okay, dann meine ich Computerspiele. Ja, das meint alle unter dem Namen Assassin's Creed. Ja, ja. Lockerbar so... Ja, dann krieg... Keine Ahnung. Ja, wir haben keine Ahnung. Ja, wir haben keine Ahnung. Ja, wir haben keine Ahnung. Ja, würde ich auch sagen, dass mir die Frage nicht gelten. Okay, das tut mir natürlich leid. Äh, wie schon erwähnt, ist Assassin's Creed ein von Ubisoft entwickeltes Spiel. Ubisoft ist allerdings auch für einige weitere Spiele bekannt, unter anderem für die Far Cry-Serie. Oh mein Gott. Doch um die geht es natürlich in den folgenden Fragen nicht. Äh, sondern um ein Spiel, das von Ubisoft gepublischt wurde und im März 2016 veröffentlicht wurde. In diesem Spiel geht es um eine ausgebrochene Epidemie in New York. Die Folge dieser Epidemie sind unter anderem viele Tote und der Zusammenbruch der Infrastruktur. Deshalb wurde beschlossen eine Spezialeinheit dorthin zu schicken, um den endgültigen Absturz der Gesellschaft zu verhindern. Wie lautet der komplette Name von diesem Spiel? Ja, David? Tom Clancy's The Division. Das ist die richtige Antwort von David. Du bist so ein Dixer, gar nicht. Hä, wieso? Was, wie heißt das? Tom Clancy's The Division, also Tom Clancy's The Division. Weißt du, okay, nicht. Was, das kennst du nicht? Echt? Du musst doch von gehört haben wenigstens. Moment, du kennst auch nicht einfach The Division. Nein. Was? Alter, lebst du denn da morgen, Junge? Ich lebe nicht die ganze Zeit von Gemüter. Ja, auch nicht. Ja, das musst du mal hinzukommen. Allein schon, wenn man auf dem Steam-Store war. Naja. Okay, das bedeutet zwei Punkte für David und die anderen beiden haben einen, oder? War doch so. So, jetzt möchte ich ganz gerne noch mal ein paar Fragen zurückgehen. Wir haben eben über das Spiel The Witcher 3 Wild Hunt gesprochen. Ich habe euch dabei ein paar Nebeninformationen zu diesem Spiel gegeben. Ich möchte dich doch mal wissen, ob ihr auch gut aufgepasst habt. Nein. Das war's so krass. Warte. Das war's so krass. Also, was hatte ich euch gesagt, wofür das Spiel mehrere Awards erhalten hat? Keine Ahnung. Best Game in den Jahren, wo es rauskam? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht mal gepiept. Also, am meisten vorgestelltes Spiel? Es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass es 1,5 Milliarden Mal vorgestellten wurde. Am meisten erwartete Spiel. Genau, David. Er hat nicht gepiept. Meep. Am meisten erwarten. Ach komm. Du hast auch nicht gepiept. Ja, ich habe auch gemeint, ich habe nicht mal gepiept. Also zählt meine Antwort ja nicht. Hab ich exaktiert gesagt. Das am meisten erwartetes Spiel. Hab ich schon gemacht. Also, ich würde sagen, es ist schon fair, wenn David erst diesen Punkt bekommt. Ja, 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 ja. Hier. Die Lobby von von dem ist so stark hier. Die Quiz-Lobby. Alles klar. Okay. Machen wir mit der Spielserie Hitman weiter. Hitman wurde von der Firma IO Interactive entwickelt und der Hauptpublisher heißt Square Enix. Die Serie handelt von einem im Genlabor erschaffenen Auftragskiller. Deshalb erkennt man ihn auch an einem ganz bestimmten Merkmal. Nämlich an einem Strichcode an dem Hinterkopf. Des Weiteren hat er eine Glatze und trägt immer einen Anzug und eine rote Krawatte. Seine Fähigkeiten sind darauf ausgerichtet, emotionslos und zielgerecht zu töten. Es gibt inzwischen sieben Spiele der Serie. Das Neueste ist seit März 2016 erhältlich. Aus welchem Land kommt der eben genannter Hauptpublisher? Okay, das war Vollzeit gleich. Was? Ja, René war ich der Einzige, der gemiebt hat? Ja? Nein, Ben hat auch gemiebt. Echt? Okay. Dann, wer ist jetzt ran? Ich hab meine Ahnung. Ja, das machst du einfach. Okay. Bin mir nicht sicher. Ja, was? Jetzt? Ja, war. Ja, war. Okay, das ist richtig. Ja, okay. Okay. Äh, David, das ist wirklich gleichzeitig, das ist die Frage. Äh, ich gebe einfach den Punkt. Wenn du meins, also... Ja, ist mir egal. Okay. Na ja, gut, dann krieg ich René einen Punkt. Ja, oder beide? Oder beide, weil es Ja, okay, krieg dir beide einen Punkt. Ja, okay. Das heißt, 3-2-2, oder? Ja. Ja, genau. Ein weiteres von Square Enix gepappt... Oh, ist mein Bildschirm ausgegangen? Ein weiteres von Square Enix gepapptliches Spiel ist Life is Strange, ein 3D-Adventure, welches großteils im Jahr 2013 spielt. Ich will nur jetzt was spoilern, dann ich hau dich kaputt. Ich spoilern überhaupt nicht. Die Hauptprotagonistin heißt Maxim. Maxine, beziehungsweise Max. Crawfield. Sie lebt in der fiktiven Kleinstadt Arcadia Bay, in der auch später die Story spielt. Das Spiel ist in mehrere Episoden eingeteilt, die immer chronologisch an einem Tag der Woche spielen. Wie viele Episoden gibt es in diesem Spiel insgesamt? Ja? 5. Ja. Das bedeutet, das steht 4-2-2 für Dark. Hast du von das Spiel schon mal gehört, René? Ja, ich hab's mal von gehört, weil ich mal ein Let's Play davon geguckt habe, aber mehr auch nicht. Das ist einer der geilsten Spiele, die es gibt. Man hat nachgebringt, aber... Casual? Das ist Gamer, ey. Was, Casual? Das ist doch wohl ein Nischenprotokal. Also, wenn das nicht Nische ist, dann weiß ich nicht, dass es Nische ist. Äh, genau. Genau. Okay, gehen wir zum Schluss nochmal in eine komplett andere Richtung. Die Rede ist von einem 1889 gegründeten... Willst du mich überraschen? Ey, das wisst ihr auf jeden Fall. ...japanischen Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Ursprünglich wurde das Unternehmen als Hersteller von Spielkarten von Fusajiru Yamauchi in Kyoto gegründet. Dort befindet sich übrigens bis heute der Firmensitz der Firma. Weltbekannt ist die Firma unter anderem durch zwei Handheld-Konsolen geworden. Vom japanischen Wortwörtlich übersetzt heißt der Name der Firma Lege das Glück in die Hände des Himmels. Natürlich rede ich von einer Firma, die ihr alle kennt. Welcher? Äh, Nintendo. Ja. Das ist so schön, Markus als Freund zu haben. Ja, okay. Hey, was, David? Nein, ist egal. Äh, das heißt... 432. Das heißt, Ben kann noch mit David auf... äh, gleichsetzen. Ein Ding für Ben. Okay. Letzte Frage. Als letzte Frage... Gehen wir doch auf eine stationäre Konsole von Nintendo ein, die seit Mai 2002 in Europa erhältlich ist. Es geht um den Nachfolger der Konsole Nintendo 64. Er gehört zur sechsten Konsolengeneration und konkurrierte mit der Sega Dreamcast, der Sony Playstation 2 und der Microsoft Xbox. Der Nachfolger der Konsole ist die Wii. Mit ca. 21,72 Millionen verkauften Einheiten gilt die Konsole als eine der weniger erfolgreichen Konsolen von Nintendo. Von welcher Konsole habe ich euch gerade... Ich war erster. Warst du das? Ja, du warst das. Okay. Ja, René? Äh, Cube. Cube? GameCube. Ja. Ja, lass mal mal gelten. Ja, okay. Ja, okay. Okay, gut. Das war die letzte Frage. Das bedeutet, David hat schon wieder gewonnen. Was könnt ihr eigentlich eigentlich sagen? Ich bin auf Aborten. 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 Ich verspreche euch, ich werde das nächste Mal ein bisschen von Videospielen weggehen sollen. Also, ihr dürft gerne mit Flamen in den Kommentaren habe ich nicht zugegen. Dann so schon. Und, äh, ihr könnt euch gerne einen Neu-Küß-Master nennen. Bin ich dagegen. Warum? Ach, komm. Ach, komm. Na, aber herzlich, wir wünschen, David. Mhm. Ihr beide seid tatsächlich zweiter Platz. Das bedeutet, wir haben heute nur gewinnen. Ich habe einen ersten, zweiten Platz. Nein. Nein, wir haben nur ein Gewinner und zwei Verlierer. Na, wenn... So richtig. Ihr seid alles Gewinner. David hat einfach mit seinen Wissen an Videospielen einfach überzeugt und einfach gewonnen. Und mit diesen wunderschönen Worten... Naja, okay. Naja, okay. Du kannst ruhig Videospiel weiter machen, aber... Vielleicht einfach mal bis Abwechslung in der Richtung. Was heißt, ich habe es jetzt in der Richtung, ich finde das voll abgewechselt, oder nicht? Ich fand es mit den Schröder, ich kenne die Letzte, mich gut. Ja, stimmt, das war auch nicht schön. Okay, gut, also wie gesagt, denn nicht ausschließlich Videogames oder nicht noch andere Fragen mit rein. Aber gehen nicht vollkommen von Videospielen weg. Und... Und... Ja... Ich würde sagen... Freut euch auf den... Wir freuen euch, bis zum nächsten Mal. Ja. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.